Trotz der Beweidung kommt man vor dem Aufstellen des Zauns und auch während der Weidesaison nicht darum herum den Zaun von Bewuchs freizuhalten. Je mehr Bewuchs den Zaun berührt, umso mehr Spannung geht verloren und eine ausreichend hohe Spannung auf dem Zaun ist sehr wichtig für die Herdenschutzwirkung und für dieses Freihalten des Zaunes und der Zauntrasse vom Bewuchs gibt es hilfreiche Geräte und Werkzeuge. Also jedes Gelände ist anders. Es kommt eben darauf an, möchte ich einen vorhandenen Zaun freimähen oder möchte ich eine neue Zauntrasse erstellen und meinen Mobilzaun dann aufstellen und je nachdem muss ich mein Gerät wählen, muss ich die Zauntrasse wählen und das muss ich am besten im Vorfeld schon alles gedanklich abwägen. Was muss weg, in welchem Gelände muss ich arbeiten und wie kann ich diese Zauntrasse sinnvoll erstellen und mit welchen Gerätschaften. Hier haben wir jetzt einen Einachsmulcher. Da ist ein Mulcher mit angebaut mit 90 Zentimeter Breite. Das heißt, ich kann 90 Zentimeter breit meine Zauntrasse ordentlich aufmähen aus Subzessionen, Gehölze, die dabei sind. Ich kann auch ein schwieriges Gelände mit Doppelbereifung und habe dann eben auch die Möglichkeit, in sehr steilem, schwierigen Bereich trotzdem eine vernünftige Zauntrasse zu erstellen. Hier haben wir jetzt einen Mulcher, der am Traktor mit angehängt wird. Der hat 1,40 Meter Arbeitsbreite. Das ist aber dann sehr gut, um zum Beispiel mit Netzen zu arbeiten. Man hat eine saubere Ablage vom Schnittgut, bleibt nicht hängen an den Netze. Der Vorteil ist, dass man den auch in der Spur fahren kann, als auch nach außen versetzt. Der kann auch gekippt werden, das heißt, auch schräge Böschungen können bearbeitet werden, um dann die Zäune aufzustellen. Diese Breite hat noch den Vorteil, dass er auch bei der Pflege von der Weiden eingesetzt werden kann. Wir haben jetzt einen Aufsitzmäher oder Mulcher. Mit dieser Maschine kann ich sehr gut auch in schwierigen Gelände Zauntrassen erstellen. Das heißt, in dieser Schnittbreite habe ich eine gute Ablage vom Häcksel- und Schnittgut. Ich habe höhenverstellbar ein Messer, wo ich dann anpassen kann, je nach Gegebenheit. Und ich habe Differenzial und Allrad. Das heißt, ich komme auch in schwierigen Gelände gut damit zurecht und kann eine Zauntrasse erstellen. Wenn der Zaun steht und die bestehenden Drähte freizuhalten sind, um überhaupt die Spannung am Zaun zu erhalten, ist es notwendig, dass er dann auch im unteren Bereich entsprechend gepflegt wird. In dem Fall haben wir zum Beispiel einen Freischneider oder auch einen Motorsense genannt. Hat ein Sägeblatt drauf. Kann man dann aber auch ein Dickichtmesser nehmen oder Faden, je nach Einsatzzweck. Hier sind teilweise noch Gehölze mit dabei. Deswegen haben wir jetzt eine bessere, stärkere Variante. Aber das muss man entscheiden von Fall zu Fall. Also da haben wir jetzt eine Elektro-Kettensäge. Die ist halt sehr praktikabel, weil man die immer mitführen kann und sie ganz schnell gestartet ist. Ich nehme sie gerne mit, gerade wenn man Zaunkontrolle macht, weil man dann oft solche Äste hat, die es dann reinnimmt, nach Unwärter, Gewitter oder sonst was. Und dann kann man halt die kurz anschmeißen, absägen, Asst weg und fertig. Hier haben wir jetzt Garten- und Asstschere. Mit denen kann ich auch Zaunkontrolle machen. Kleinere Äste einmal wegzwicken oder dann, wenn es notwendig ist, und man auch weiter oben was möchte. Teleskop, Asstschere und dann oben ansetzt und zack. Also hier haben wir jetzt einen Unterzaunmäher, den ich dafür verwenden kann, um an diesen wolfsabweisenden Zäunen die untere Litze freizuhalten. Der ist sehr gut geeignet in entsprechend flachem Gelände. Wenn wir in ein schwieriges Gelände gehen, in ein hügeliges Gelände, da wird es schwierig, weil er einfach eine plane Fläche braucht, um stabil unter der Litze zu arbeiten. Der Clou an dieser Sache ist, dass ich hier eine hydraulische Federvorspannung habe. Das heißt, ich kann individuell auch auf Pfostenstärke einstellen und der Mähteller wird dann um den Pfosten beim Mähen herumgeführt, ohne dass es einer Lenkbewegung bedarf. Das Freihalten der Zäune ist eine Daueraufgabe. Und je nach Gelände und Vegetation kann der Aufwand wirklich sehr groß sein. Es ist aber wichtig und notwendig, um die Schutzwirkung des Zauns zu erhalten. Es gibt Maschinen, die die Arbeit erleichtern und zunehmend auch kollegiale Unterstützung, Dienstleistungsangebote und Förderungen. Informieren Sie sich deshalb in Ihrer Region, sprechen Sie mit Kolleginnen und Kollegen oder lassen sich beraten.